3 Stunden später Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir Ähm, ja, viel gibt's nicht zu sagen Hat sich sehr viel getan seit dem letzten Let's Play Ich bin ja jetzt nicht mehr Level 21, sondern 64 Es hat sich sehr wenig getan, ne? Das letzte Let's Play war ja, wo ich Level 21 war, ne? Viel hat sich ja nichts getan, ich bin ja nur 64 jetzt, ne? So, ne, Spaß beiseite, ne? Ne, ähm, heute will ich ein Let's Play machen Scheiße, jetzt klingelt das Telefon, ne? Ich bin halt berühmt, ne? Da freut man sich immer, wenn das Telefon klingelt, ne? Also, zurück zu Let's Play Place of Cloud So, ähm, das was ich eigentlich heute zeigen will Ist, wie man, wenn man farmen will Oder sehr viel Ressourcen klauen will, ne? Da muss man, da, ich spreche immer so wie die Frischpenner da mit, ne? Mit der S, ich lüsple nicht, ne? Ne, ähm, ich will euch zeigen, wie man einen Angriff macht, Wenn man viele Ressourcen klauen will Deshalb habe ich mich entschieden Mit Ich glaube, die trainieren immer noch, ne? Die machen immer noch Training, ne? Die trainieren ein bisschen Scheiße So So Ich zeige euch jetzt mal kurz Ich muss mal gucken Hast du nichts getan? Hast du es getan? Also, ich zeige euch jetzt Wie ich, oh Oh, die Bibeln Ne Gut Ähm So Ja, wie ihr seht, ist mein Hä? Pfff Ja, das ist mein Clan die Beginners Ja, die Beginners, ja Pfff Oh, er ist schon voll Och Was für ein Superclan, ne? Wie ihr seht, mache ich eine übertriebene Werbung für diesen Clan, ne? Okay Scheiß Dreck Danke Was? Ah, die heutige Logik der Jugendlichen, ne? Okay Zurück Okay, gut Ähm, ich greife jetzt mal an, ne? Gut, ähm Wie ich vorhin erwähnt habe Greife ich an Und mein Ziel ist es ja viele So viele Ressourcen wie möglich Zu erbeuten Jo Oh, schon der erste Gegner Und es ist wie das Schicksal es bestimmt hat Ein Gegner, den ich vermisse ich Vermisse Äh, äh, äh Ja Gut Da gehen wir mal weiter Der nächste Gegner, der könnte etwas für mich sein, ne? Der, dieser Gegner könnte etwas für mich sein, ne? Dieser Gegner ist ganz geiles hier, gell? Ne, das ist... Alter Der hat da keine Ahnung Hast du das gesehen? Nee Oh, vier Der hat dieses Spiel runtergeladen, als er besoffen war, ne? Das ist das... Das ist meine Vermutung Viele Spieler lassen sich das runter, wenn sie besoffen sind, ne? Das, da, das, das, das ist... Das ist wissenschaftlich bewiesen Äh, ne Gut, ich, ich laber so viel Scheiß heute, ey Okay Gut Ähm Ja Worte Der hat auch keine Ahnung von diesem Spiel Okay, ne, die machen so gut, die machen so gut Er hat ne Ahnung vom Spiel Einfach die Mauern muss er noch ein bisschen mehr verbessern Aber ist ja auch egal Jeder ist mal scheiße drauf, ne? Ah, ich hab mal wieder Glück heute mit den Gegnern Arschgeil Gut, ne, Elix, ich will Gold, ich will Gold Ist, Elix hier, ist mir scheiße, egal Tralalala Oh, er hat das Rad, das Rad aus Außen stehen Das ist, das ist meine Chance Meine Chance Uiuiui Okay, jetzt, jetzt... Jetzt machen wir einen Gang runterschalten, ne? Gut Dann, hier Let's go So, jetzt, wenn wir mal gucken So, jetzt geht's in das Burg in Redo Oh, ei, ei, ei Frischdreck, Scheißperder Missgeburt Frischdreck Frischdreck